D诵 Kabel ziehen weil das ist total Schnee Ja. Ah, Mist. Nicht so an dem Ding ziehen. Schon wieder gezogen? Wie komme ich zu fünf Gegentreffern? Wahrscheinlich, weil ich das Ding einfach... Ah, verdammt. Das war jetzt aber ein richtiges Tor. Das war ein richtiges Tor. Und das auch. Naja, vielleicht. Fast. Also, ja, wenn ich besser aufgepasst hätte, hätte ich den halten können. Aber, ja, das war ein Tor. Ah, 7 zu 9. Ich glaube kaum, dass du schlechter bekämpfst als mich. Auf der Klasse Computing hat bei dem Spiel mal einer 50 geschafft. Okay, da war ich doch ein kleiner Trick. Aber einer hat dann nach dem dritten Versuch geschafft, 165 zu bekommen. Was, äh, ja, was führt sich mehr über der, ähm, okay, du hast dich immerhin fünf Punkte gebessert. Da sieht man mal, was man nachprobieren auch erreichen kann. Ja, ich nehme das, das ist das Play. Ja, Mist. Jetzt ist es spannend, jetzt kommst du nämlich runter. Toll, jetzt bin ich von einer Ecke in die nächste. Da ist es wichtig, dass man, ähm, Figuren kriegt. Jetzt hätte ich beinahe die Gelegenheit gekriegt. Okay, jetzt habe ich einer. Du knackst dein Hals, Kro. Und er knackt. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch hin und her. Ja, toll, jetzt habe ich verloren. Jetzt habe ich nämlich einmal ausge... Ah, nee. Juge, ich bin wieder drin. So, jetzt geht es so absurd schnell, dass man auf dem Monitor fast gar nicht mal mitkommt. Ja, und aus dem, aus dem Winkel kommst du selbst auf dem Originalbildschirm nicht mehr mit. Toll, jetzt in der Ecke. Okay, 605. Also, das Spiel speichert die Punktzahl. Aber kein Vergleich zu... Und wenn dieses Display zu groß ist, der hat hier die Möglichkeit, noch ein weiteres Display anzuschließen. Also, das ist mal klein. Also, das ist mal klein.